... ... 2 Uhr morgens, Sülch Habe ich ein dickes Gesicht? Habe ich ein dickes Gesicht? Wird es nicht mehr so. Gewitter. Erinnert mich an die Oma. Gewitter. In Neuss. Ganz schrecklich. Ein dickes Gesicht. Sehr unvorteilhaft. Blitz. Da kommt noch mehr. Ich leg mich wieder hin. Tschüss. Teil 2. Sturm. Gibt es eigentlich eine Oma, die anruft wegen Sturm? Die Neuesten? Ich hasse diese Fotolampen. Da muss man Pipi. Diese permanente Regen. Bei dem Wetter gehe ich nicht raus. Nein. Und laut Wetterkarte wird es nicht besser heute. Das steht. Ich gucke mal aus dem Fenster. Ich habe nicht mal Milch für Kaffee. Sauer. Aber einfach so sauer. Die ist genauso sauer wie ich. Auch wieder mit dem Wetter. Da will ich nicht mehr Milch werden. Dann werde ich zum Quack und zum Joghurt. Zum Kurt. Die Umwandlung von weiblich zu männlich. Sie wird von die Milch zu der Kurt. Was sagt denn die Uhr? Drei Uhr. Drei Uhr. Drei Uhr. Ich will nur pennen. Drei Uhr. Drei Uhr. Drei Uhr. Drei Uhr. Drei Uhr. No. Wena. Vora. Drei. Aus.